Die Sitz, die an meiner Aktivität haben, ist, dass das für ein Aller und ein Hommage mit meinen Älteren ist. Aber nicht mehr. Das ist auch ein Hommage und die Generation der Minoren, die es geschafft haben. Die es in schweren Kondition geschafft haben. Nach der Schlesung, am Jahr 1911, hat die Minenstzeit nur noch zur Fall der Natur und die Scherechte herangeholt. wo frähe Explorationen da drüber hinaus. Irgendwann hat die Stadt decidiert, an den 80er Jahren für eine Reserve naturell zu machen. Und vor allem andere Leute, die die Meinung wären, dass sie die Gebäude haben, die niemals noch stark zu verfolgen waren, dass sie die Gebäude an das Projekt Naturreserve mal dran holen. Das ist dann noch lange Diskussionen. Das hat schlussendlich geschieht, dass eine Restauration von den ganzen Gebäuden viergeholgen, die über Jahre gedauert wird. Die Leute, die halt da rupkommen sind, man will auch, zu faus, ein Auto hat an der Seite kaum ein. Die sind halb der Zeit gekommen. Sie wissen sich, sie haben ihn darin ausgezogen, an der Zahl der Pondue. Sie wissen, dass sie die Gebäude haben. Sie wissen, dass sie die Gebäude, die Al-Schmidt-Direktion, das Gebäude plus die Zahl der Pondue. Ich kann Ihnen behaupten, dass von der Minierzeit, von der Minier Katzebüch, das ist der einzige komplett Al-Minierzeit in der Region. Sie wissen, dass von den fräeren Atelieren ein Musiker gerät. Sie können ihn aber auch sehen. Sie müssen ein Piaß ergerät, wie es Leute früher geliefert werden. Sie können ihn auch sehen. Sie können ihn auch sehen. Und dass ein Piaßheimer bei Schmieden Es ist schön, wie wir sie sagen, wie man eine Aktivität, die Dänische für Schmieden nimmt, bleibt aber nicht dran hängen. Zum Beispiel die Armee, wo man vieler gearbeitet hat in der Kultur. Wir haben die Ideen, wie wir das alljoha gemeint haben, um der Natur an der Natur. Es hat eine große Manifestation, ziemlich viel Succes und es hat immer eine gute Ambiance. Dann haben wir eine Algerische Bärbelfeier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017